Hallo, ich bin der Jonas. Ich bin der Leon. Und wir wünschen sich zu einer Folge von Skinner. Und das sind die etwas größeren Kühe. Und das ist eine sehr zickige Kuh. Und hier ist eine ganz brave. Das ist eine Kuh, die macht wieder gut. Also das da ist die Olsa. Die Elke. Die Elke. Dann die Sarah. Die Olga. Die Rosa. Die Elke. Die Elke. Die Gute. Die Kimi Birna. Kimi Birna. Hab ich selbst gekauft. Kimi Birna. Also jetzt gehen wir zu dem Elke. Das hier ist mein Elke. Spiel. Die heißt Ochse stiere Bulle Augen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Elke. Das ist Klausi. Der ist da drüben im Rasenstall. Das da. Und das da ist Paulchen. Ja. Hier ist Löffel. Der ist auch da drüben. Und jetzt wollen wir Ihnen die zwei anderen zeigen. Und das ist die. Das ist der freche Bauersohn. Und das ist die freche Frissa. Auf der sitzt Olivia. Und hier sind die Hühnerchen. Klauzi. Klauzi. Und dann. Hier sind zwei Arten die wir jetzt sehen. Das ist der. Das ist der Löppel. Und das ist der Klausi. Jetzt wird man sich zugemischt. Jetzt kommen wir zu dem Thema. Pferde. Die Pferde Pferde Pferde. Und hier kochen schon die Pferde ein bisschen Seen, das heißt Huzi. Und jetzt gehen wir mal näher ran. Also die ganz hinten, das ist die Huzi. Dann dieser schwarze ist der Kronan. Und dann der schwarz-weiße ist der Moritz. Und das hellbraune, das ist die Jen. Und die ganz am Rand, das ist die Ira. Jetzt kommen wir zu dem Thema Ziegen. Und das ist unser letztes Thema von diesem coolen Video. Das ist die Lilly, die mit dieser Glocke, die sie frecket. Das ist die Maja. Die Maja, die immer die Zaun schrottet. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Was ist das? Jetzt ist eigentlich das Video rum. Also, tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, viel Spaß noch.